Musik Du Mama, da ist ja dieser neue Reiterhof und können wir da nicht vielleicht zusammen hinfahren und mal gucken und vielleicht auch reiten? Ach Hanna, ich weiß nicht so recht. Ich hab da ehrlich gesagt nicht so große Lust zu. Komm schon Mama, bitte, 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 bitte. Hanna, vielleicht einen anderen Tag, aber ich denke jetzt erstmal nicht. Oh Mann, ich find das so fies. Ich will unbedingt zu diesem Reithof. Mann, ich wollte eigentlich zu diesem Reithof und jetzt, jetzt darf ich nicht. Oh, richtig blöd. Das wär so schön. Ich könnte Pferde streichen, vielleicht auch ein bisschen reiten. Hey Hanna, wollen wir was zusammen machen? Was zusammen machen? Ah, da kommt mir eine Idee. Einen Moment, Emma. Ja, wir können, glaube ich, was zusammen machen. Bleib genau da stehen. Ich komm sofort wieder. Ja. Äh, hey Mama, ich bin's nochmal und, ähm, ich wollte dir was sagen. Okay, mach mal. Worum geht's denn? Wieder um den Reithof? Äh, naja, eigentlich eher um Emma. Also, Emma hat mir gesagt, dass sie unbedingt gerne auch mal eine Reitstunde hätte und sie traut sich nicht, dir das zu sagen. Das ist ihr größter Wunsch. Ach, okay, stimmt. Emma hatte noch nie eine Reitstunde. Na gut, wenn beide Mädels das unbedingt machen wollen, dann müssen wir da wohin. Dann würde ich sagen, lass uns direkt losfahren. Okay, ich hole Emma. Oh, perfekt. Mama hat's mir geglaubt. So, Emma, da bin ich wieder. Und es gibt eine Überraschung für dich. Wir machen mit Mama jetzt einen Ausflug zu einem Pferdehof. Da können wir Pferde streicheln. Pferde streicheln? Na gut, ich hätte jetzt auch Puppen gespielt, aber na, Pferde streicheln ist auch ganz okay. Oh Mann, das wird so klasse. Hoffentlich haben die ganz viele Pferde. Oh, ich bin so gespannt auf diesen Hof. Ach, Emmalein, du hättest dich wirklich trauen können, das zu sagen. Äh, ach, Leute, kommt los. Du brauchst doch keine Angst haben. Nicht, dass sich Emma jetzt noch verplappert. Wir müssen auf jeden Fall schnell los. Und wenn wir erstmal bei dem Pferdehof sind, dann ist ja auch egal. Hm, vielleicht nehme ich noch so einen Apfel mit. Ich glaube, Pferde essen das gerne. Emma, kommst du dann? Mama, ich wollte eigentlich so einen Apfel mitnehmen. Oder haben die Pferde etwa auch eine Apfelallergie? Eine Apfelallergie? Ich glaube nicht. Ich denke, du kannst den ruhig mitnehmen. Oh, da sind die Pferde. Eins, zwei, drei Pferde haben die. Sind die süß. Ich hoffe wirklich, dass die keine Apfelallergie haben. Woher soll Mama das wissen, dass die keine haben? Dann kommen die dann auch ins Krankenhaus, wie Clara. Hallo, guten Tag. Claudia Vogel mein Name. Ich bin mit meinen beiden Töchtern hier. Könnten die heute eventuell spontan eine Reitstunde bei Ihnen nehmen? Ach, da haben Sie Glück. Also ja, ich hätte Zeit. Und wir haben auch, also die Pferde stehen auch zur Verfügung. Dann kommen Sie doch gerne rein. Oh Mann, klasse. Mein Plan geht voll auf. Hm, vielleicht frage ich einfach mal die Frau da. Ich glaube, das ist die Besitzerin der Pferde. Die weiß bestimmt, ob die eine Allergie hat gegen Äpfel, die Pferde. Hm, ich habe hier so einen Apfel mitgebracht. Kann ich den Apfel den Pferden geben? Ja, die mögen sehr gerne Äpfel, aber am besten nach eurer Reitstunde. Sonst haben die so einen vollen Magen. So, die Große, die kann schon mal hier zu dem schwarzen Pferd hingehen. Und du, meine Kleine, du kommst hier auf unseren Schimmel. Was? Wie? Was? Schimmel? Ich mag keinen Schimmelkäse. Emma, trau dich ruhig. Du hast dir das doch so sehr gewünscht mit den Pferden, hm? Sei nicht scheu. So, bitteschön, junge Dame. Dieser Reithelm könnte dir sehr gut passen. Ach, Emma, das sieht wirklich total süß aus. Dieser Helm passt richtig gut zu deinem Strampler. Hey, guckt mal, ich sitze schon drauf. Ist das nicht ein süßes Pferd? Ja, super, Hannah. Du kommst das hier schon richtig gut. Oh, oh, ich glaube, die wollen mich auf das Pferd ersetzen. Das ist nicht mein Ding. Na, komm schon, Emma. Ich helfe dir. Wo hätte ich das gewusst, dass ich mich hier auf so ein Pferd setzen muss? Ich dachte, wir streicheln nie nur. Da wäre ich lieber zu Hause geblieben. Das ist übrigens ihre erste Reitstunde. Sie ist noch ein bisschen schüchtern, was das angeht, aber das legt sich bestimmt. Wie, was? Ich legen? Ich soll mich hinlegen? Oh, das wackelt und schaukelt hier wie auf dem Schiff. Ich glaube, ich muss brechen. So, meine Kleine, ich führe dich jetzt erstmal ein bisschen an den Zügeln herum. Ach, die beiden haben wirklich jede Menge Spaß. Ich glaube, es war eine gute Idee, hierher zu kommen. So, wir fangen erstmal mit Schritt an. Also ganz gemütlich hier mit Schritt in der Runde. Was? Gemütlich ist hier gar nichts. Oh, das ist nicht mein Ding. Äh, also du solltest schon ein bisschen entspannt bleiben. Also die Pferde merken das, wenn du nervös bist. Keine Sorge, dir passiert nichts. Was? Nervös? Nein, mir ist es total schlecht. Also lange halte ich das nicht mehr aus auf diesem Wackelgaul. Schaukelpferd ist das. Oh Mann, die Kleine hat Humor. Einfach weitergehen im Schritt. So, sehr schön. Oh, ich glaube, Emma sieht ein bisschen grün im Gesicht aus. Vielleicht war das doch nicht so eine gute Idee mit dem Reiten. Ich dachte, ihr würde es gefallen, wenn sie erstmal auf dem Pferd sitzt. Hm, was ist denn mit Emma los? Also irgendwie sieht es so aus, als wenn sie gar keinen Spaß hätte. Verstehe ich nicht. Was soll das denn bitte jetzt werden? Ich spreche jetzt hier runter. Ich halte das nicht mehr aus. Hilfe! Oh, das war furchtbar. Das waren die schlimmsten zehn Minuten meines Lebens. So schlecht war mir doch nie. Wobei, vielleicht auf dem Kreuzfahrtschiff, aber nicht nochmal reiten. Was ist denn los mit dir, junge Dame? Warum bist du denn vom Pferd abgesprungen? Emma, hat es dir doch nicht gefallen? Du hast dir das doch so sehr gewünscht mit dem Reiten. Was? Hä? Bitte was? Ich habe mir das ganz bestimmt nicht gewünscht. Ich wollte noch nie reiten. Das ist nicht mein Ding. Wie, was? Emma hat sich das nicht gewünscht? Aber das hat der Hanna doch erzählt. Hallo Mama, guck mal, hier drüben bin ich. Guck mal, wie gut ich das mache. Ach ja, so ist das also. Das war wahrscheinlich alles nur ein Trick von Hanna, damit sie hier reiten gehen kann. Und dann hat sie einfach Emma als Grund vorgeschoben. Na gut, dann komm mal her. Du musst bestimmt nicht nochmal reiten, Emma, wenn dir das nicht gefällt. Na, das will ich ja hoffen. Freiwillig kriegt mich da keiner mehr drauf.